Hallo Leute, jetzt möchte ich euch die mathematische Addition von Vektoren näher bringen. Das hier sind zwei Vektoren. Vektoren haben mehrere Stellen. Unser Vektor V ist gleich plus das. Aber wie addiert man die? Es ist eigentlich ganz einfach. Man rechnet einfach bloß den hier und den hier und den hier zusammen. Das heißt, 3 plus 5, 8 und 2 plus 8, 10 und so. So einfach geht das Ganze. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Danke fürs Zuschauen.